Ich finde, es gibt sie, aber bisher in der sozialen Arbeit meiner Meinung nach noch nicht ausreichend. Gerade im Moment springen viele auf den Zug auf, die solche Aspekte noch nicht genügend reflektiert haben. Und es gibt meiner Meinung nach gewichtige Gründe, die gegen den Einsatz von KI, Big Data und so in der Jugendarbeit sprechen. Das sind die Reproduktion von Ungleichheit, Intransparenz und auch Deprofessionalisierung. Und das macht meiner Meinung nach grundsätzlich den Einsatz von solchen Tools indiskutabel.